ich muss einfach nur durch rennen dann passt das schon dann Ello passt das schon die übersehe ich jetzt mal, die hole ich mal ein andermal spring doch einfach mal paar meter weiter wen wollen die denn verarschen? die herumhüpferei da werde ich bestimmt wieder eine halbe stunde dran hocken nur an den abschnitt man sonst sieht man das welche dinger weggeschlagen werden wird sprachenlernen bubble Gott sei dank und jetzt? genau so hey da sehe ich doch Dosen ich sehe da gar nichts hier hinten ist das Ziel, da ist noch ein Knopf ich will den Requalierenweg gehen da komm ich nehme den Requalierenweg mhm 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 hallo ooooh ooooh Ach komm, ich bin aber auch dosengeil. Ey, ich bleib minimal mit nem Zipfel hängen, er fliegt direkt auf die Fresse, so ungefähr. Ich muss nur leicht dagegen kommen und er macht schon... Ey, nimmst du mich auch mit, wenn es losgeht? Ich glaube, die Dosen hol ich dann, wenn ich so... ...und ich auch krieg. Alter, Glück gehabt. Junge, Junge. So, die hole ich mir auf jeden Fall. Oh, das Ding ist weg. Oh. Ein bisschen, die hab ich. Du, du, du. Aber ja, klar. Der hätte ja auch klein neu starten können. Danke für nichts. Oh, da ist er noch. Oh, hallo. Du, du, du. Du, du, du. Ich glaube, die Dosen hole ich beim zweiten Durchlauf Dosen 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 Geil muss ich durch Aber wenigstens ein paar Ich bleib nur hier Der andere sack dir ab Ach wirklich, das Bein hätte noch dranbleiben können Da war ich ja vorhin nur zufällig auf den richtigen gesprungen Willst du mich verarschen, alter Oh Die ganze Zeit langt es jetzt nicht mehr oder was? Mach die Fick dich Demonstrauten Dosen 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 Und es geht direkt weiter so her. Mann, ich wollte doch nur die Dosen. Und es geht direkt weiter so her. Ah, komm. Gesundheit. Klar, letztes Mal war ich komplett in der Prühe und es ist nichts passiert. Und es ist nichts passiert. Oh, ist das ein Krampf, Junge. Und es ist nichts passiert. Und es ist nichts passiert.